CD-Brennen leicht gemacht. Mit dem CD-Burner XP erstellen Sie im Handumdrehen Daten, Audio und Videodisks. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Funktionen. Nach dem Start öffnet sich zunächst ein Auswahlfenster, in dem Sie das Medium auswählen können, das Sie brennen möchten. Wir wählen für unser Beispiel eine Audio-CD. Anschließend öffnet sich der Hauptbildschirm von CD-Burner XP, der an ein Explorer-Fenster erinnert. Links oben sehen Sie Ihre Ordner. Sobald Sie einen auswählen, können Sie rechts daneben einzelne Dateien auswählen. Durch einen Klick auf Hinzufügen erscheinen diese auch im unteren Bereich, wo alle Daten angezeigt werden, die Sie auf Ihre künftige CD oder DVD brennen möchten. Alternativ ziehen Sie die Dateien einfach per Drag and Drop in das untere Fenster. Der grüne Balken am unteren Fensterrand zeigt Ihnen stets die Größe der aktuellen Zusammenstellung an. Sobald Sie alle Dateien beisammen haben, klicken Sie auf den aktuelle Zusammenstellung-Brennen-Button im Menü am oberen Rand. Behalten Sie die vorgegebenen Einstellungen ruhig bei. In der Regel wählt CD-Burner XP die optimalen Settings für Sie aus. Aber der CD-Burner XP hat noch weitere starke Funktionen im Gepäck. So können Sie eine Disc beispielsweise mit wenigen Klicks kopieren. Große Dateien können Sie problemlos auf mehrere Discs aufteilen. CD-Zusammenstellungen können als ISO-Image auf der Festplatte zwischengespeichert und anschließend auf eine Disc gebrannt werden. Auch die Erstellung bootfähiger CDs und DVDs ist mit dem CD-Burner XP möglich. Eine coole Funktion zum Schluss. Mit dem CD-Burner XP können Sie auch ein eigenes CD- oder DVD-Cover drucken. Wählen Sie den Covertyp und anschließend den Punkt eigenes Cover erstellen. Unter Grafik für Front wählen Sie ein entsprechendes Coverbild, das automatisch an das eingestellte Format angepasst wird. Auf die Rückseite packt der CD-Burner XP automatisch alle Inhalte Ihrer neuen Disc. Ihr Cover können Sie zunächst in der Vorschau begutachten. Klicken Sie dann auf Drucken und fertig ist das neue Cover. Noch ein Tipp, laden Sie sich den CD-Burner XP kostenlos aus unserem Download-Bereich herunter. Der Installer auf der Herstellerseite will Ihnen jede Menge lästige Zusatzsoftware aufdrängen. Bei uns erhalten Sie ein sauberes File.